Heute Leute, heute machen wir wieder die mega viele Herzen in Lucky Block Bedwurst Challenge Ich hoffe es geht ab, los, geht Hallo Leute, und da würde ich sagen, geht es los, Ente? Ja Also wir machen heute wieder die ganz viele Herzen in Lucky Block Bedwurst Challenge Mit den neuen Lucky Blocken Also ich habe mir jetzt erstmal die Lucky Block Squids geholt Und habe direkt den gelben Finchenspeller, der so viel Schaden macht, dass du mit einem Hit K.O. bist Und was ist das? ÖCT Godstorn, ich hatte das noch nie Hä? Wirklich nicht? Guck mal rüber Alter Und alle werfbare Milch Also bedeutet das, wenn ich Effekte habe Ah, hier ist eine Rüstung Bedeutet das, wenn ich Effekte habe, kann ich hier einfach werfen Und dann sind die Effekte weg Ja, was ist das? ÖCT Elvited Material Warte mal Schuhe mal kurz coming soon Hier bekommst du voll viel Material, ne? Ja, dann krieg mal voll viel Material, ja? Aber ich schuhe mal, ich bin voll erstmal holen Und guck mal, was ich damit zum Kauf kann Ja, kauf die Table und Oha, eine chestplate Gib die frei, oder? Oh mein Gott Wieso? Ich habe die Emuels weggesprengt Wieso? Sorry Ey, Ente Alter, ich habe mich gerade weggesprengt Hast du noch Emuels? Ja, noch ein paar Was hast du für einen Skinball? Welchen Skin hast du? Achso, ich habe so eine Rüstung Ich habe gerade gedacht, hä? Wer ist das? Wow, ich wollte gerade zur Mitte gehen und Emuels holen Wow Ich habe hier alle weggesprengt Sorry Du Idiot Alter Aus diesem Lucky Blöck kriegt man auch überhaupt gar keine Herzen irgendwie Was sollen wir dann machen? Ich glaube schon mit den restlichen Emuels einfach Schild, Plural, Mixed, Lucky Blöcke, keine Ahnung Ja, da habe ich jetzt keine, Alter Warte, ich müsste eigentlich am besten jetzt Oh oh, Lava, Lava Sehr gut Ja, ich habe sofort Emuels bekommen, als ob Sofort Ja Ich habe 32 Stück Jetzt habe ich erst mal ein bisschen Emuels zum Ausgeben Okay, ist auf jeden Fall sehr gut Komm, gib mir noch mehr Emuels Bitte Oh, was Gute Hier sind keine Emuels, aber ein OP-Drop Okay, ich bin gespannt Hier habe ich Plural-Apple Komm schon Wie stark sind die? Gib mir was Gutes Keine Ahnung Guck gerade Wow, schon wieder nichts Sehr gut Dann ziehe ich einfach die OP Plural-Apple Und kriege keine Herzen dazu Schade So, jetzt habe ich erst mal ein paar Emuels Das bedeutet Ich hole mir Shade-Lucky-Blöcke Komm schon Brauchst du schlecht Gib mir einfach diesen Chess-Paid Dann kriege ich 50 Herzen Bitte Welche Chess-Paid? Ja, die vom Shade-Lucky-Blöck So stark Der Shade-Lucky-Blöck gibt doch immer welche Stimmt, Shade ist echt voll stark Gib immer den Chess-Paid mit 50 Herzen Eigentlich voll gut Okay Da mache ich halt noch mal Shade-Lucky-Blöcke auf Kein Problem Ich habe eh genug Alter, du bist so ein Bonzer Einemes Ohr Wow Wieso kein Emuels Ohr? Schade Irgendwie geben wir gerade Shade-Lucky-Blöcke eine blöde Sache Aha Sehr gut Komm Acht Stück Bitte enttäusch mich nicht Bitte Oha, diese Speed-Schuhe Die sind auf jeden Fall gut Okay Komm schon Ich habe nur noch zwei Stück Oh mein Gott Was hast du bekommen? Was hast du bekommen? Hallo Ente Was? 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 Geh ab Geh weg Ey, du bist so stark Geh weg Oha, deine ganze Rüstung ist kaputt Was? LOL Hey, ich konnte nicht killen Ich dachte, du bist unbesiegbar Du hast meine Rüstung gerade einfach komplett kaputt gemacht Wie hast du das gemacht? Ja, ich hatte ein paar Effekte, weißt du? Welche Effekte hattest du? Ja, ich habe ihn zum Beispiel stärker Und hatte eine ganz starke Axt Mit bloß 100 Dänen entdeckt damit Junge, was geht bei dir ab? Sehr viel Ich habe die ganze Post Okay, ich schutz mal hier den Müll ein bisschen weg Obwohl ich wünsche es mir aber halt Ich war dir ist gut Was? Ja, ich muss hier kurz den Müll wegräumen Also dich Ey, dich Hier noch sechs Schön Lucky Blöcke Da noch sechs Plural Und jetzt hole ich mal Neun Mix Lucky Blöcke Komm schon Gib mir gute Sachen, bitte Ich brauche heute viele Herzen Du brauchst gar nichts Aber diesmal werde ich noch den Screenshot richtig einblenden Weil letztes Mal habe ich es nicht richtig geschafft Aber diesmal werde ich es sicher hinbekommen Okay Nein, ich will viele Herzen Bitte, bitte Und perfekt Was hast du bekommen? Die rote Illuminati-Chissplate Was? Ja, und habe erstmal richtig viele Herzen dazu bekommen Und ein Mega-OP-Bogen Echt hier Warte mal Hör auf Komm schon, ich muss hier einfach treffen Du bist zu weit weg Aha Okay, du wirst schon sehen Du wirst schon sehen, Ente Du wirst schon sehen Nein Oh mein Gott Hey, was machst du da? Hey, mich einbauen Wieso einbauen? Entter, kannst du nicht auf mich schießen Denkst du, ich kann nur schießen, oder was? Ja Gott Warte Oh, Entschuldigung Hä? Wie? Ich habe einen Pee-Wee Also unendlich, meine ich Echt jetzt? Ja, und eine Bazooka Junge Oh mein Gott Die Chessplate geht noch mehr Herzen Perfekt Welche Chessplate? Ich habe gerade den Flora-Chessplate bekommen Ich habe richtig viel Herzen bekommen Ah, habe ich noch Emuls Ich habe auch drei Stück Ah, ich will doch die Russlacki-Mücke holen Weil die Die geben Ultra-OP-Essen Was dir unendlich viele Herzen gibt Warte, komm schon Bitte Boah, noch ein paar Ich glaube, ich habe das Item bekommen, was ich wollte Welches wolltest du? Es ist das Item Ich habe die Challenge zu 100% gewonnen, Ente Was? Zu 100% Wieso das? Mal sehen wir das, wie viele Herzen ich habe Was hast du bekommen? Ich habe was Leckeres zum Essen Was heißt was Leckeres? Das ist so ein Item, was sich so über, keine Ahnung, 1000 Herzen gibt Ja, oder keine Ahnung, wie viele das sind Oh mein Gott, ich habe die stärkste Bazooka bekommen Oh mein Gott Das ist überlegt Ente, hör auf Alpha Warte, ich gebe uns bald mal eine Milch Alpha Ja Ich habe eine Bazooka bekommen, die gerade einfach Groundstone zerstört hat Die Bazooka hat gerade Bandwork zerstört Ja 1-0 Ey, bleib weg Ich habe dir die Milch gegeben Die kannst du trinken Dann gehen deine Effekte weg Was mal würde passieren, wenn ich damit auf das Bett schieße? Hör auf Ich warne dich Das wäre, glaube ich, so OP Nee, nee Erstmal lieber, okay? Okay, okay Ich habe keine Evolids mehr Ich habe noch ein paar Und die sind jetzt auch leer Schick mal, Apple Aber sonst Ich habe aber keine gute Waffe, bis auf die Bazooka Hier liegen Lucky Magic Was ist das denn? Aha Ey Du hast die neue Informaske Oder? Hier heißt du Warte, ich schieße auf dein Bett Hör auf Bitte Warte Mein Beinkopfleck Oh mein Gott Alter Oh Warte, warte, Ente Bevor ich dich jetzt angreife Mach mal ein Screenshot von deinem Herzchen Ich gucke Ich gebe uns aber den Blick Warte, ich schreck die kurz Guck da, wo du alles weggesprengt Guck da Wieso? Wo ist der Fidget Spinner? Ja Hör ich dir auch nicht Aha Komm her Ey Was hast du für die Weech? Okay, ich habe auch Weech Ja Komm her Komm her Was? Du hast es überlebt? Ja Als ob Kann ich auch nicht sterben Egal was du tust Warte, warte Ich probiere einfach was du machst Ente, mach ein Screenshot von deinem Herzchen Mach ich, mach ich Oh, warte War mein Konflikt Du hast es überlebt? Ja Du hast gerade was überlebt Was nicht mal Bad Rock überlebt Mach jetzt einen Screenshot von deinem Herzchen Und schick es mir Okay, warte Okay, meine Herzen sehen wir jetzt auf jeden Fall Ich habe keine Herzen dazubekommen Hä, hast du gar keine Herzen dazubekommen? Nein, ich habe keine Herzen dazubekommen Mach trotzdem einen Screenshot Ich muss den einblenden Okay, warte Hast du gemacht? Abgemacht Okay, komm her Komm du her Warte, habe ich noch die Waffe Ey, geh weg hier Geh du weg Komm schon, ich brauche ja irgendwas Ey, hör auf Ich sehe so gut wie gar nichts Echt der? Das bringt dein Herz nur oder wie? Ja Aha Da habe ich was Komm her Das bringt ja auch nichts Mach es überhaupt Schaden, oder? Ähm, nein Aber du kriegst Hits, oder? Hits kriege ich Wow Geiler Kampf Dollar Kampf Warte, ich habe eine Idee Welche? Wie wir es vielleicht machen könnten Und zwar Geben wir jetzt einfach Beide Slash Kill ein Kann ja sein, dass einer von uns überlebt Wer weiß Ey, du zieht es eh Du machst es eh nicht Doch, ich mache es wirklich Das siehst du da im Chat Okay Weil dann steht ja der Name Und dahinter nein Glaube ich Okay Einfach der Slash Kill Einfach Slash Kill Okay Bist du bereit? Bin bereit? Drei Zwei Eins Hä? Ich bin nicht gestorben Mann Ich will auf jeden Fall noch Den Mars Lucky Block hinzufügen In die nächsten Folgen Schreiben voll auf Leute in die Kommentare Ja, fügt doch mal den Mars Lucky Block hinzu Ich weiß so, dass es auf jeden Fall ein Planet ist Aber ja Das können wir auf jeden Fall irgendwann mal machen Und dann sehen wir auch diesen Mars Lucky Block Und gucken uns halt die Items an und so Aber okay Leute Das war's mit dem Video Ganz danke, wenn es euch gefallen hat Schaut bei euch hier vorbei Und tschüss Ciao